Ich wollte gerade sagen, es erinnert mich so ein bisschen an den Landgrafen, aber es ist ein bisschen höher, habe ich so das Gefühl. Zur Donau hin auf jeden Fall. Insgesamt wird es nicht höher sein. Meinst du? Die Donau hat 100 Meter ungefähr. Ach so, okay. Es scheint mir so, als ob es höher ist. Ja, stimmt. Es scheint mir sehr hoch. Aber es sieht genauso aus wie... Kennst du die Semmelweiß-Utzer? In Budapest. Da war mal ein Hostel. Und am anderen Ende der Utzer gab es eine Kneipe, ein Pub. Und da waren die Fallkreuzlöcher.